Ja, es hat doch geklappt. Ich habe wieder Besuch aus der Community. Marco ist da. Marco und ich empfangen eine schöne Sendung für euch. Marco stellt sich jetzt mal eben vor, er ist ein Star Wars Fan. Denkt dran, hier ist die Star Wars Community Wohnzimmer. Das soll auch wie ein Wohnzimmer werden und wir beide denken uns aus, was daraus wird. Wie gesagt, vorhin war ja auch Marco da, aber der war neun Jahre. Der ist jetzt mittlerweile elf Jahre. Und der Jemand-Mann heißt zwar auch Marco, aber ist etwas älter und auch ein bisschen vernünftiger. Aber passt. Also jetzt haben wir eine gewisse Uhrzeit. Der hat mich gerade, ich habe einfach dicht gemacht. Er ist also passend erschienen. Jetzt kommt kein Kunde rein. Ich muss jetzt nicht unterbrechen. Wir ziehen das jetzt gnadenlos durch. Ich begrüße euch total recht herzlich bei der Star Wars Community. Die Star Wars Wohnzimmer, das ist wie ein Wohnzimmer. Das ziehen wir auch jetzt gnadenlos durch. So, begrüße ich und freue mich, dass du da bist. Wie gesagt, wir wollen eine Sendung entwickeln. Aber wie soll die werden? Also ihr dürft mitmachen. Ihr dürft auch entwickeln. Ihr könnt auch sagen, wie die Sendung werden soll. Ich habe jetzt mit sehr vielen gesprochen. Hier mit Phil, Klaus, Stefan, Thorsten, Yajushi. Yajushi kommt so am 26. Dann kommt Marco sicherlich auch. Das wird ja auch gleich eruiert. Das hat er jetzt gerade durch mich gehört. Sowas. Sowas aber auch. Ja, weil es geht um Hans Solo. Wir haben uns auch gerade einiges angeguckt, während er jetzt da in die Kamera spricht. Denn er spricht jetzt. Ja, möge er sprechen. Ja, ich muss mir erst mal vorstellen, ich bin der Marco, 49 Jahre alt, komme aus Bottrop. Und ich bin ein, schaffe ich ja Star Wars-Fan. Aber richtiger. Also nicht ausgeklammert. Das mag ich nicht. Das mag ich. Also du klammerst ja nichts aus. Du guckst auch alles an. Du guckst also nicht wie der andere Marco, der kleine Marco. Der guckt nur Fernsehen, weil die da am rumhacken sind. Also die, ne, ist's klar. Dann gehe ich mal in unsere Community rein, damit wir da was abhandeln können. Wie gesagt, du musst dich nicht alle hier begrüßen. Die begrüßen dich ja auch nicht. Doch, begrüß dich alle mal hier. Dann schauen wir mal, was er da findet. Ja, schauen wir mal, was er findet. Wie gesagt, heute war ja einiges wieder los mit Han Solo. Weil man merkt jetzt immer mehr, was abgeht. Nicht nur, dass es ein Western ist. Nicht nur, dass es so eine Art Western ist, wie Western ist oder war. In den hohen Zeiten, Spiele lief um den Tod und so. Ich fand das so toll. Dann nennt man ihn wieder Spoiler. Aber habt ihr ja selber gesehen. Wenn er nicht guckt, ist es auch eine Sache. Also ich spreche jetzt das, was öffentlich zu sehen ist. Ich spreche jetzt, ne, wir sprechen nur über das Öffentliche, was zu sehen ist. Wir spoilern nicht, weil wir kennen den Film. Wir wissen also, was los ist. Wir gehen auch rein. Wir werden auch eine Kamera mitnehmen an dem Tag. Kriegen wir schon hin. Also, es gibt hier Emilia Clarke als Kehrer, die heute von dem Regisseur vorgestellt wurde. Ja, Star Wars Universe. Ihr hört das. Und wenn ich sehe da, machen wir den Ton weg, sonst können wir nicht reden. So, jetzt sehen wir das. Das Auto, wie das da herfährt, das nennt man dann CGI bzw. FMX. FMX, die arbeiten, die haben wunderbar gearbeitet. In Stuttgart war nämlich die Messe, die gezeigt haben, wie sie jetzt hier Hans Url da auch gemacht haben. Und wenn man die Dreharbeiten gesehen hat, er sieht das ja selber, da ist nix. Das sieht merkwürdig aus. Bei den Dreharbeiten, da ist überhaupt nix. Und nachher ist da was. Und das ist schon zum Staunen, was dann plötzlich ist, was da ist. Und wie gesagt, das nennt man FMX. Und dieses CGI ist ja das andere mit dem Gesicht, dieses Bewegen. Und FMX ist ja diese Motion, das ganze Capturing drumherum. So, wie gesagt, ich musste, also jetzt sehe ich, dass er ein Trupper war. Also die Uniform, die ihr seht, die kommt gleich hier hoch. Also fährt gleich hier hoch. Also das, was er da trägt, so sah er, das ist Han Solo. Also die Uniform da ist Han Solo, der dann irgendwie gesagt hat, nee, lass mal, das ist nicht meine Welt. Der war nämlich auch im Krieg da. Und dann ist er halt, wie gesagt, Schmuggler geworden. So, er ist ein erstes Pilot, sieht man ja, das meinte ich da. Und dann haben sie den Zug da geklaut. Und mir gefällt es. Die haben dann auf einen kleinen Raum gedreht. Also in England, diesen riesen Raum, den die da haben. Und da haben die das alles so schön zusammengeschüttet. Das finde ich, diese Szene finde ich stark. Er jumpt da runter, jetzt, ey, give me high five. Und Chewbacca sagt, hä, bist du denn von mir? Also ist schon eine Klamotte. Deswegen, er springt auf den Zug, dann sagt er, give me high five. Ich meine, also Han Solo ist das Schlitz auch schlechthin. Mir macht Spaß. Also ihr merkt, Star Wars von A bis Z. Mir geht es nicht um das Geballer da. Ich bin ganz ehrlich, ich brauche kein Laserschwert. Nee, das brauche ich nicht. Für mich muss Star Wars einfach alles sein. Ja, ich gehe hier nochmal drauf. Mal gucken, ob ich nochmal gucken kann. Mal gucken, ob ich das schaffe. An sich schaffe ich sowas. Mal gucken, ob ich das so ist. So, dann haben wir das schon ein bisschen größer. Dann können wir das auch ein bisschen größer sehen. Und ihr müsst einfach nur da gucken. Dann seht ihr ja, wovon ich spreche. Und dann gibt es ja, wie gesagt, die Szene, wo er dann auf den Zug springt. Wo er auf den Zug springt und dann sagt, gib mir high five. Ja, also, ist schon nicht schlecht. Auch diese Animation, wie gesagt, da siehst du, das ist seine Uniform. Die hat er an. Und sie hier. Das ist nur sie. Warum er da den Lessinger da macht, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie arbeiten mit ihm mit. Und da ist ja Jabba, also der sieht halt ein bisschen anders aus in dem Moment, aber Jabba kommt auch. Vermute ich mal. Nur halt. Schätze ich jetzt. Ja, aber halt anders. Ist also nicht den Jabba, den wir kennen, würde ich sagen. Oder halt irgendein Abgesandter von Jabba. Also irgendwie Jabba-mäßig kommt da was. Ja, ich habe so viele Sachen schon da gesehen, auch bei den richtigen Dreharbeiten. Wie gesagt, das ist ein richtiges Auto. Der Motorrad sieht ein bisschen merkwürdig aus. Das war auch ein Auto, wo der Stormtrooper, der heißt wohl anders, der ihn abschüttelt. Das Vehikel kann ich auch gleich zeigen. Das habe ich auch schon da. Das ist also auch schon ausgestellt worden. Wie gesagt, der Film ist fertig. Der kommt jetzt in vier Wochen, kommt er. Ja. Und wir gehen rein und werden darüber berichten. Wir werden uns das anschauen. Wir entwickeln halt die Sendung. Wie gesagt, ich habe euch schon zigtausend Mal gesagt, kommt vorbei. Wenn ihr Zeit habt, kommt ihr da in den Sessel. Und ihr seht, der Sessel ist voll. Und heute sogar zweimal. Dann kommt ihr auf meinem Platz. Ja, genau. Auf seinem Platz kommt ihr dann. Ja, genau. Und wie gesagt, machen wir dann. Ja, genau. Das war der typische Western. Er schmeißt ihm die Waffe zu, er dreht sich um und schießt. Also, ich müsste jetzt die ganzen Western raussuchen, die da irgendwie adaptiert wurden. Kommt mir auch gerade vor, es müsste ja mal mit John Wayne gewesen sein, der da den bekommt und schießt. Das sind alles so berühmte Filme, woraus das adaptiert wurde, aber trotzdem sehenswert. Also, das, was ich gesehen habe, reicht mir schon. Ich habe eine Menge gesehen, vielleicht deswegen. Ich habe ja nicht ein Teil gesehen, sondern zig Minuten schon. Und wenn ich das alles zusammenreihe, hätte ich hier mindestens zehn Minuten Film schon. Ja, wirklich. Zehn Minuten Film ohne Wiederholung, sondern wirklich. Und so viel haben die schon von Han Solo auf den Markt gebracht und konnte er sich anschauen. Auch hier die Story mit ihm hier. Es gibt ja auch eine Disney Story. Da kommt einer, ich meine, wir werden den Falten richtig sehen. Ja, hier, also, Disney Movie Service. Da geht ein, ist auch ein Schauspieler, der da rumläuft. Oh, then, I'm a guy. Ja. Dauert, aber fliegt jetzt ein Film. Meine Freunde und ich haben einen Ausflug gemacht. Dann spielt einen. Ich meine, Film macht ja Spaß. So, wir wollen jetzt eine Sendung machen über Star Wars alleine. Und wenn ich jetzt hier so... Spielst du das Spiel? Weiter, dann fischst du mal gehen! So, ich sehe hier an der Seite Lego. Ich komme damit persönlich nicht so... Ich sehe es gerne. Ja, ist sehr witzig, sehr lustig. Und die beiden Jungs sind ja auch berühmt geworden damit. Sonst hätten sie den Han Solo-Film ja beinahe nicht bekommen. Die beiden sind ja die Hersteller von den Lego-Filmen, die da an sich das hätten machen sollen. Aber da war den, also der Kathrin und den Abrahams, das war da ein bisschen zu witzig, das Ganze. Die sollten da machen was zusammen. Da kamen die Schauspieler auch nicht klar mit. Die sollten einfach wie hier bei diesen Step-Motion-Lego-Filmen sollten die arbeiten. Da kommt kein Schauspieler mit klar, weil er nicht weiß, was er da machen soll. Ja, New Hope etc. Wir lassen uns gerade hier ablenken. Das wollen wir hier gar nicht. Ich freue mich tierisch, dass er mich gerade besucht hat hier. Auch, dass der Junge heute vorbeigekommen ist. Dieser kleine Marco, den habt ihr ja gerade vorab gesehen. Und da habt ihr ja gemerkt, dieser Unterschied zwischen 40 Jahre Unterschied, dass der kleine Marco von heute vier, fünf und sechs gar nicht mag, weil da passiert nichts. Drei passiert eine Menge, das fand der toll. Ja, da musste man schon stutzen. Rukwan. Und da muss man fragen, wieso nicht? Ja, das ist kein Leserschwert. Ah, das ist kein Leserschwert. Ja, ist halt so. Du magst auch ein Leserschwert. Aber er sagt ja auch, er rennt auch nicht draußen rum und säbert da ein heißen. Macht meine auch nicht. Ich zieh mich immer um, bevor ich vom Set sogar, ne, einmal nicht. Da bin ich ehrlich, da bin ich in voller Kluft vom Set aus eine Rewe gefahren, weil bei Hummer und Wurst hatten. Ich hätte noch schwere Schwerter um mich herum. Also zu dem Zeitpunkt gab es den Hype nicht. Da gab es auch kein Internet. Da habe ich gesagt, komm, egal. Vom Set fahren wir da hin und haben dann da gegessen. Die haben uns natürlich angeguckt, weil an sich bekommt man am Set was zu essen. Sieht ja auch schön aus in den Studios, wenn die in ihren Original-Kluften da rumsitzen und dann essen und dann sich wieder anziehen und wenn dann geschrien wird, Action, Stille, Ruhe, alles geht in Deckung. Er ist so, er ist so, boos, macht keinen Blödsinn oder schmeißt da was um, dann geht aber, dann ist was los. Früher war das ein bisschen schlimmer, weil der Film musste bezahlt werden, der da drin war. Zum Beispiel Trickfilme, die du jetzt auch gesehen hast. Das war ein Film, der 380 km im Harder durchgeschossen ist und hat dir dann 18 Sekunden Freizeit, also Zeitlupe gezeigt. Und heute machst du ja alles selber, wie so ein Steady-Game oder was weiß ich auch und sieht schon etwas anders aus. Und nur die Jungs arbeiten ja mittlerweile auch mit Panasonic-Cams und IMAX-Cams und so, um das Ganze hinzukriegen. Und wie gesagt, FMX, CGI, also sehr viel Trick, aber so ausgereifter Trick, dass es schon nicht mehr gemerkt wird. Das ist schon gut. Ich meine, wenn wir Zeitluge und Laune haben, werden wir sicherlich mal in so einem Set dürfen und da ist ja gar nichts. Es ist ja, ne? Es ist leer. Ja, genau. Und nachher ist er voll. Ja, allerdings schon sehr interessant. So, also wie gesagt, Marc hat mich gerade besucht hier. Ich bin hier noch im Feierabend-Modus hier. Ich wünsche euch allen einen tollen 1. Mai und so. Ja, das wünsche ich auch. Ja, also die Frage lautet jetzt, was machen wir mit unserer Sendung? So, können wir direkt hier laufende Kamera lassen wir laufen. Wir unterhalten uns, wir wollen eine Sendung machen über Star Wars. würde ich sagen, 30 plus. Ja, oder, ja genau, oder 40 plus im Nullfall. Sagen wir mal, ab 30 plus aufwärts für Cosplayer, für Begeisterte, aber nicht Durchgeknallte. Es gibt Durchgeknallte, die, ich muss unbedingt den haben. Nur, ich kann ja schlecht anrufen, sag ich, Abrams, da will einer unbedingt den haben. Kannst du den reinbauen? Ich glaube kaum, dass das klappt. So, und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir uns eine tolle Sendung darüber, wer was gerne haben möchte. Und ich frage laute nur, was will er denn haben? Zum Beispiel, Darth Maul filmen, Darth Vader filmen. Ich frage jetzt ganz höflich, wollt ihr wirklich 100 Jahre Leer, 100 Jahre Darth Vader, 100 Jahre Skull, nur diese Spielfiguren. Also das Universum ist so riesig, so riesig, da gibt es, da gibt es, da gibt es unendlich. Ja? Gut, die andere Fakultät hat ihren Captain Kirk gehabt, wie die alle geheißen haben, ja? Äh, aber wir haben halt, sauer. Okay, Lichtschwerter müssen sein, nein, müssen nicht sein. Oh, jetzt habe ich aber Ärger mit den Kleinen. Also die Jugendlichen möchten nur, nein, 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 die Jugendlichen wollen unbedingt Lichtschwerter haben und wir sind zufrieden, wenn wir einen Film sehen, also einen guten Film sehen. Ja, unterhaltsamen Film. Ja, also Star Wars unterhält. Ich meine, die ganzen Fehler, meine Güte, seitdem es die Hasser gibt, also ich bin ja stolz drauf, so viele Hasser, er hat ja gerade gesehen, was da für eine, die hört ja gar nicht mehr auf, aber macht Spaß. Also, ja, ist so, einmal raufscrollen, wir scrollen jetzt die Hasser, ja, wir machen einen eigenen Hassfilm auf, über so, scheiß Star Wars, aber der ist die Leute, die was Lichtschwerter und so, ne? Boah, ja, so ein Hassfilm, kann man mal machen, ehrlich so, so ein Haterfilm, wer guckt sich denn Star Wars an, ey, was ist das denn, Ne, ich hasse Star Wars, ey! Ja, alles sowas könnte man machen, dann hätten wir vielleicht einen Hype, wäre denn das? Ja. Okay, jetzt hören wir mal auch rum zu blödeln. Also, wie, unsere Frage lautet einfach, unsere Frage lautet einfach, was drehen wir, wie drehen wir und was würden wir wohl die Zuschauer sehen wollen. Jetzt mache ich, also das hier ist so, so ein American Style, die macht halt nämlich auch so, müssen wir mal reingehen und die stellen sich dann davor, voll ausgeleuchtet und dann geben die Gas, sind aber keine echten, das sind Gestellte, wir sind echt, wir sind keine Gestellten, wir sind auch nicht gekauft, wir haben auch nicht genügend Licht jetzt hier eingesetzt, wir haben jetzt normales Licht hier am Laufen, Ton ist jetzt auch in Ordnung, weil keiner da ist, auch keiner der hämmert, nein, noch nicht, nur das leichte Suchen der Maschinen hier, und jetzt bleiben wir, wie gesagt, bei Star Wars. Wir haben jetzt 41, wir haben jetzt an sich kein Problem, wir haben 41 Jahre Star Wars, aus denen wir schöpfen können, da ist schon wieder einer, so ein Merke, siehst ja selber hier, was soll der Schwachsinn, wir kriegen hier nur so Schwachsinn-Dinger, naja, hab ich jetzt wieder drauf, das ist wieder einer, der in den Müllsack kommt, da ist er selber schuld, aber nicht jetzt, während der laufenden Kamera hier, aber er sieht ja, weil, wenn man berühmt ist, hat man unheimlich viele Typen, aber ich finde das stark, aber egal, man müsste selber mitkämpfen, richtig? Ja, ist so. So, ja, wir wollen eine Sendung machen, und die machen wir auch, aber, wie, ich hätte ja einige Muster gezeigt, welches Muster, mit so einem blöden Mikrofon, da rein sprechen, nee, also, wo der Mikrofon direkt mitten auf dem Tisch ist, das sieht auch kacke aus. Nee, nee, es gibt ja, wie bei den Rundfunkläden, also die Rundfunkstation, aber hat man so ein Gehalten, dann sind die da dran, und dann setzen wir uns an so einen runden Tisch, und reden dann da rein. Ja, ist schon mal geschnitten. Nicht so da dran. Also, ne, ihr wisst ja, wir sitzen alle in Reihe und Glied da, oder am runden Tisch, und sprechen dann ins Mikrofon, und philosophieren, was da ist. So, jetzt wirklich, philosophieren wir hier live, über Han Solo. So, Han Solo, gefällt uns, geht kein Weg dran vorbei, wir werden also nicht haten, also ich nicht. ich mag ihn jetzt schon, keine Ahnung, ich habe ihn zu oft gesehen, ich habe zehn Minuten Film gesehen, und diese zehn Minuten Film, die haben mich jetzt schon begeistert, ich hätte den Projektartypen gesagt, ey, lass weiterlaufen, aber er durfte nicht. Na, ist halt so, sonst kriegt er Ärger. Aber wie gesagt, zehn Minuten Film, macht viel Spaß. Ja, ist halt so. Ich will auch an das Ärger mal reden, deswegen. Ja, du redest ja auch die ganze Zeit. Die ist ja, ich muss mir das auch anhören. Ich will auch den Moderator. Okay, nein, an alle, das möchte ich. Ich möchte so einen Kreis haben, und möchte so wie wir das jetzt hier machen, möchte ich auch, und zwar, wie früher dieses Buch besprechen. Kennt ihr den noch? Reichsranitzki? Wenn der die Bücher besprochen hat, boah, weil ich hab den gelesen im Mittelteil da immer, das soll er nicht, aber der Chronist da immer, ich lese ihm mal eine Passage vor. Reichsranitzki, das war so. Und das würde ich mir vorstellen, machen wir mit Star Wars. Wir pflücken Star Wars so auseinander. Ich hab euch heute mal den Hans Solo mitgebracht. Wie ich da die zehn Minuten gesehen habe, du hast den natürlich auch gesehen, sonst klappt das ja nicht. Die haben ja alle dieselben Bücher gelesen, ich glaub zwei oder drei Bücher haben die gelesen, dann haben die ja darüber gesprochen, so einer nach dem anderen. So wollen wir das auch machen? Also wir wollen eine schöne, lustige Runde machen. Korrekt. Eine schöne, lustige Runde, die wie gesagt über den Film spricht. Also jeder hat den Film gesehen, sagen wir mal, volle, satte zehn Minuten. Oder aber wir waren alle drin, wir waren wirklich alle drin, nebeneinander gesessen, geschwitzt, geguckt, lecker gegessen, und dann vor laufender Kamera, sagen wir mal, immer noch frisch, ganz frisch, dann abhandeln. Das ist ja kein Spoiler. Tut mir leid, also wenn ihr nicht so ein Bart, dann tut es mir leid. Ich kann ja nicht zehn Jahre warten, bis du den Film gesehen hast. Ja, ist so, sei mir nicht böse, aber ist so. Ich finde das, also man guckt, guckt unsere Sendung dann nicht. Also die anderen Sendungen, kannst du sehen, so wie diese hier, ich bringe jetzt hier keinen Spoiler, er bringt jetzt auch keinen Spoiler, weil es wurde heute alles veröffentlicht, geht nach Google, wenn euch das interessiert, was heute veröffentlicht wurde, von einem dekorierten Regisseur, wie auch Preisträger, Oscar-Preisträger, ja, Ellenreich gesprochen hat, als Han Solo, der besucht wurde, vom Disney-Schauspieler, der ihn dann da am Set besucht hat, ich finde das schon stark. So was mag ich wiederum, ich mag Backstage. Sie sind so gemütlich, also im Set vorbeigehen, unterhalten, so wie wir mal, wir sind ja jetzt ja auch im Set, und wie gesagt, das Set sieht immer anders aus, wie das Original, was ihr jetzt seht, ihr seht eine komplette Sendung, die ich jetzt mir gerade ausgedacht habe, spontan wieder mal, spontan wieder mal ausgedacht habe, vielleicht lassen wir gleich hier noch was einfallen, keine Ahnung, muss ich mal gucken, nur habe ich ihm erklärt, wenn ich jetzt hier vor Ort irgendwelche FMX mache, ist viel Arbeit, ist wirklich viel Arbeit, kann ich nicht mal eben tun, jetzt habt ihr hier lauter schwarze Leute rumrennen, das bringt nichts, um so eine Taste schweben zu lassen, muss ich hier erstmal den Raum scannen, damit die hier anfängt zu schweben, das ist eben so. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Wie gesagt, die Sendung, wir wollen eine Sendung machen, spontan zwar, aber in Abhahnung, jeder spricht darüber, so wie, seinen Namen kenne ich noch nicht so auswendig, Yasushi, er hat ja auch einige Sachen da gemacht, du hattest einige Sachen da schon gesagt gehabt, aber, und wir wollen ja auch unsere Zuschauer mit intrigieren. Ja, war eine tolle Idee, live schalten und so, da ist viel Arbeit, können wir vielleicht machen, dass ihr live dabei seid, müssen wir gucken. Ich meine, wenn ihr diese Sendung mögt, wenn, dann sind wir natürlich auch bereit, für euch, so eine Sendung zu machen, damit ihr weiterhin Spaß habt, weil ihr seid Star Wars, ihr seid die Sendung, ihr seid die Community, so, wir sind die Macher, so, wir machen die aber so, wie ihr es gerne haben wollt, wir schauen uns das an, wenn es machbar ist, uns jetzt nicht ein horrendes Geld kostet, ihr wollt ja uns jetzt auch in einem LKW sitzen, und wir sollen da durch die Gegend fahren, geht nicht, weil wir den LKW nicht haben, es lohnt nicht, den zu mieten, und die ist ganz drumherum. So, wir wollen am Teppich bleiben, ihr sollt eine Sendung bekommen, die euch Spaß macht, wo ihr Lust habt zuzuschauen, weil ihr auch selber vorbeikommen könnt, oder aber wir schalten, das müssen wir mal gucken, ob wir sie da live einschalten, hier ist ja, hier ist alles machbar, weil hier ist ja, Internet etc., hier ist ja 100 MB, also es ist eine schnelle Geschichte hier, sollte machbar sein, müssen wir nur vorher wissen, könnt ihr dann scharf geschaltet werden, ihr könnt euch dann auch sehen, Monitor, und dann können wir dann, wie gesagt, es live machen, machen ja andere, die Laura zum Beispiel, macht das ja, wer die Laura nicht kennt, gibt bei Facebook Laura ein, dann seht ihr, dann wisst ihr, was ich jetzt mal, also sowas können wir machen, dass ihr, während wir arbeiten, ihr mitspricht, ja und so, ja die Sachen, ja aber nicht so, den American Stahl, den fandst du jetzt nicht so gut, wenn wir so machen, so wie hier, so locker, aber irgendwie, ein anderes Ambiente vielleicht, du kannst andere Dekos, ja klar, eine andere Deko, nicht die Deko, aber die andere, oder falls die Zuschauer, irgendwelche Vorschläge haben, nehmen wir gerne zu kennen, ja klar, ja nicht so viel, wir basteln jetzt nicht rum, wir haben schon, wir machen das schon, nur wir sind gerne bereit, mit euch zu machen, ja, weil du bist Star Wars, du bist die Community, und jetzt noch einmal, ihr dürft in der Community machen, ihr müsst, gut, die Verrückten sind natürlich besser, wie ihr, ist schon klar, sagt das Wort ja, das sollen wir uns Durchgeknallte nennen, vielleicht kommen dann mehr, Star Wars Durchgeknallte, aber das geht nicht, der eine sagt ja auch schon, also, da waren ja überhaupt keine Streichelzehen, warst du nicht ins Star Wars, natürlich war da nacktzehen, und streichelzehen, in eins und zwei, ne eins nicht, zwei, 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 ab zwei ging das los, ich mein, im dritten Teil hat sie auch noch ein Oberteil, war ja also auch schon ein bisschen Nacktheit, ne, baufrei, baufrei, ne, ja, gegen Lea kommt keiner an, das Kostüm ist ja wohl, das Kostüm schlechthin, ne, also ohne das, würde das gar nicht abhören, den meinte ich ja auch, schöne Grüße an, f, sfblackseries.de, das ist der Ferreira, da drücken wir jetzt mal eben drauf, dann zeige ich ihm mal, was ich meine, das ist ja eine wunderbare Seite, die er hat, äh, der ist jetzt aus, ne, der ist immer noch im Urlaub, sagt er, der wäre so im Urlaub, ey, wir haben heute den 30.4., wo wolltest du bis zum 29.4. im Urlaub sein, hättest du schon, dass wir online sein können, aber egal, so ist er nochmal, ne, so, genau, der hat die schönste Seite für mich, weil er ist wirklich auf einen Schlag, nur Star Wars, Star Wars mit allem drum und dran, ein Nachteil, du musst nur vorbestellen, musst dann warten, bis du das irgendwann mal bekommst, das ist, das dauert halt ein bisschen, ja, aber, naja, aber ist jedenfalls, ne tolle Geschichte, die er da hat, seine Preise sind auch human, die sind also nicht so teuer, kann man sich leisten, ja, hier hat er auch schon reduziert, die Seite ist top, gefällt mir, können wir, das können wir auch machen, äh, dass wir dann vielleicht, hin und wieder mal so, Website auseinander nehmen, von Star Wars, ob die uns gefallen, also, ihn, also die SW Black Series, die gefällt mir, da geht kein Weg drauf vorbei, da stehe ich gerade für, weil so muss eine Star Wars Seite sein, ich muss von vorne bis hin, solche Artikel sehen, die mir gefallen, die ich kaufen kann, und nicht so ein heilloses Durieinander, wie bei den anderen, ja, er hat das wunderbar gemacht, er hat sich wirklich, unheimlich viel, ähm, Zeit genommen, und alles, also, sieht einfach, ich scrolle hier, hör gar nicht mehr auf, bin in der Welt von Star Wars, aber wirklich, da ist nichts anderes drin, wie Star Wars, in allen Variationen, und, äh, der Preis ist auch heiß, wurde mir damals für 89 Euro angeboten, kostet jetzt, alles klar, für 89 Euro, kostet jetzt, ja, genau, ja, 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 das ist ja heftig, ja, kann ich eigentlich nicht, kann ich nicht zurückkaufen, weg ist weg, ne, die Kinder kriegst du ja auch schon geschenkt, hier mittlerweile, da sagst du, die kriegst du ja schon für 12, 14, 13 Euro hier, wir sprechen gerade von Destiny Figuren, die, äh, die man günstig bekommen kann, wie gesagt, bin immer noch am scrollen, und richtig heißt er, richtig heißt er, Mike Pereira de Oliveira, ja, kommt aus Kassel, geht bitte auf die Seite, ist der Geschäftsführer, ihm gehört er, ihm gehört das, Mike Pereira de Oliveira, also ich persönlich mag die Serie, deswegen sage ich es, steht dazu, dass es jetzt öffentlich preisgegeben hat, er muss ja auch, deswegen hat er die ja auch, er möchte ja auch was verkaufen, so, Funberg mit Phil Deirichs auch, kann ich euch auch, äh, anbieten, fun, also, funberg.de, ist auch eine tolle Geschichte, nur da ist natürlich alles durcheinander, das ist klar, jetzt zeige ich ihm auch hier, die neuen Dinger, die mir gefallen, womit ich gerne arbeiten würde, das ist ja hier aus, game, äh, games Workshop, games Workshop, gibt es jetzt mittlerweile, auf Star Wars, weil Warhammer und so, die Zeiten sind so gut wie vorbei, das sind, äh, und die Figuren sind auch gar nicht mal so teuer, da hätte ich auch Lust drauf, wenn jetzt ein Zuschauer aus der Community sagt, ey, da hätte ich auch, da, so könnten wir uns auch treffen, wir können hier Tabletoppen hier, und solche Sachen, wir können auch solche Malsachen machen, mir geht es darum, dass wir uns auch mal real kennenlernen, ja, und ich bin gerade so im Redefluss, weil mir dann auch noch nicht viel Spaß, wenn ich über nicht reden, sondern, äh, Star Wars macht mir Spaß, und, äh, der Besuch macht mir Spaß, wir sind eigentlich Symbiose, ne, und wir haben da so eine Linie, die wir da gut finden, und, äh, wie gesagt, das hätten wir gerne, oder würden wir gerne machen, also Games Workshop, Star Wars Workshop, Star Wars Workshop, wäre vielleicht hochgradig interessant, darüber zu sprechen, über die Filme zu sprechen, wir sind ja auch ein Filmclub, wir lieben Film in sich, keine Figuren, ähm, Yasushi ist an sich nur Film, der hat ein bisschen Lego, aber in Wirklichkeit Film, er liebt den Film, wie machen wir Film, was ist der Film, also, die Welt des Films, und du ja auch, du machst ja auch Filme, ne, und siehst ja auch gerne Filme, so, und das können wir, oder darüber können wir philosophieren, wie gesagt, da braucht man viel Arbeit, um die so herzustellen, aber sieht klasse aus, hier, der hat sich da was gemacht, jetzt sage ich ja, bei den Verrückten, könnt ihr euch das angucken, äh, die haben da, die Star Wars Verrückten, die sind ja auch, äh, in unserem Alter, ab 40 plus, so eine richtige Familiengeschichte, die haben 26.244 Mitglieder, wir haben 1094, ähm, wenn ich jetzt so weitermache, habe ich gleich wieder weniger, ne, mache ich jetzt gleich so einen Counter da dran, äh, ne, wie viel sind gerade abgehauen, alles klar, ne, tut mir leid, wenn ihr uns nicht mögt, dann tschüss, ne, ist ja in Ordnung, wir haben Spaß, wir wollen euch den Spaß vermitteln, noch rede ich, das ist richtig, aber irgendwann höre ich auf damit, dann machen die anderen das, weil ich, äh, wie gesagt, beruflich mache, und jeden Tag, äh, das sehe, die haben ihre eigenen Berufe, und machen das nebenbei, so, ich mache das ja hauptberuflich, und kann sagen, du, ich habe gerade was gesehen, so wie ich jetzt auch, das hier kam ja auch zusammen hier, spontan, wir haben halt diese Figuren gesehen, von Game, äh, wo ist das mal gucken hier, Games Workshop, äh, Star Wars Figuren, Games, ne, ist ein Amerikaner, ist eine amerikanische Firma, hat leider keine E-Mail, ich hätte ihn gerne mal angeschrieben, um zu gucken, ob ich nicht den ganzen Klaradat, schon mal einkaufe, als Firma, müsste ich aber sehen, ob Leute dafür Interesse haben, ne, ja, wie gesagt, die sehen ja alle irgendwie lustig aus, ne, die Verrücken, ja, die machen also, bei den Verrücken gibt es, wie gesagt, sehr gute, ähm, Darsteller, und, ich kann nicht klagen, mir macht Spaß, und, während wir hier so stumm sitzen, mache ich natürlich hier, aber schöne Sachen für die Community, da kenne ich ja nichts, ja, machst du ja immer, ja, mach ich immer, weil klar, ich als Admin muss ja auch dazu, damit ihr Lust habt, also ihr dürft genügen, ihr dürft alles, ihr dürft auch, genau, ich möchte da, die Künstler nochmal bedanken, dass die mir die Sachen da zur Verfügung gestellt haben, ich habe jetzt seinen Namen jetzt hier nicht drauf, äh, ne, schade, aber, Rainer, glaube ich war das, ist spontan, wir haben ja uns nicht abgesprungen, das ist wichtig, ja, das ist spontan, ne, ja, 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 stefan ist live, cool, stefan, weinsbach, okay, den schnappen wir uns jetzt, jetzt sind wir mittendrin, jetzt können wir das machen, ja, stefan ist live, ja, gefällt mir, wir sind auch live, also stefan, weinsbach ist live, ja, ja, ich kann mir nutzen, so, ja, moin, stefan ist live, da ist stefan, weinsbach, nicht viel los, ist klar, wenn du wüsstest, dass du von der Kamera bist, aber egal, ich fahr das Ding mal wieder zu, ja, ich hab mir gedacht, ich mach heute mal wieder ein schönes Live-Video, aufnahmsweise, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich euch kurz erzählen soll, willkommen im Club, den weiß ich auch nicht, ganz in Ordnung, nicht gescheit, sag mal, wenn du das machst, dann mal wieder live-videos, warte, versuche ich ja da reinzukommen, ich weiß es nicht, kurz in den Mediamarkt, von dort in Last Jedi, promotet, war ja ganz witzig, ne, ja, da unten ist er, muss ja mal suchen, du bist live in unserer Sendung, ich will mal lesen, der ist live, er ist live bei uns in der Sendung, da ist er, da ist er, das ist Stefan Karl Weinsbach aus Nürnberg, der hat leider nicht drauf geguckt, dass er nicht, so, so eine Sendung wollen wir machen, wo live, wir auch live sprechen können, und ihr seht, es geht, seine Idee geht, ist kein Thema, ich könnte auch vielleicht zuschalten, dass er uns sieht, ja, genau, also wie gesagt, dann wird bestimmt, ich werde ihm, nein, nein, er kriegt dieses Video, er kriegt auch diesen Videoclip, damit er es sieht, dass es stimmt, ich habe ihn ja schon mal scharf geschaltet, das kann ich jetzt auch, ich kann jetzt einen Knopf drücken, dann ist er auf der Leinwand, oder auf dem riesen Fernseher, also so, kein Thema, wie gesagt, wie das geht, aber ich habe ihn Samstag schon gezeigt, ja, das ist er euphorisch, ja gut, dann rede ich halt euphorisch, ja, 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 er hat mich gehört, ja, 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 leider, wir kriegen kaum Figuren, das ist so, weiß ich wahrscheinlich den Grund, warum das oft ja immer teurer wird, ich vermute jetzt, weil, in unserer, jetzt schauen wir mal, und dann schauen wir mal, ob man das, kostet, noch günstig klingelt, oder ob es noch teurer, oder noch teurer wird. Ja, genau, also, er ist sauer, ich mache ihn mal leise, er ist wirklich live da, aber ich mache ihn mal leise. 2 Monate. So, ähm, Stefan ist sauer, weil er hat, äh, diese Club, die da hinten steht, Riven und auch die andere Club, die er bestellt hat, mittlerweile durch diese Embargo-Geschichte, immer teurer wird, ja, er hatte 750 angesagt, jetzt ist er schon bei 987, plus, 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 also, bei einigen Teilen dann, ne, letztens waren es 6000, das geht also, wie gesagt, ruckzuck, da hat er recht, ne, so, ihr habt es gesehen, ich zeige nochmal, dass es echt ist, ich muss immer aufräumen hier, weil Kabel ziehen und so, ne, also, ich mache ihn auch nochmal laut, sehr guter Freund mit ihm angefangen, hier diese Idee, ähm, was schon gar nicht mehr so lange er hier ist, aber haben wir, er war da noch frisch, jetzt hat er ihn, er ist 501, das ist der Stefan Karl Weinsbach, morgen war frei, ja genau, wir haben alle frei morgen, würde ich sagen, so, notfrei, morgens notrei, war ja der erste Mai jetzt, ne, noch war halt mal draußen, war auch ganz schön, ja, war hier nicht so schön, ne, bei uns war Käse, das ist ja notrei in Wiesbaden, es war ja am Regnen, na, äh, müssen wir gut lassen, guck gehen lassen, aber, schönes, schönes Kornblö geschen, ich habe noch gar nichts gegessen, er isst mir einen vor, ne, ne, komm, ne, ne, den machen wir jetzt weg, nicht mehr, reden wir drüber, ne, ich muss mal eine kleine Ausbeute zeigen, ja, doch, wir müssen da bleiben, er zeigt die Ausbeute, das Jedi-Kult, den da, in der Ruhe, ja, den haben wir auch, den Film haben wir auch, also, ne, so nach Jedi haben wir gewohnt, in Steambook, ja, ich weiß, die nicht jetzt rüberruhen können, aber, also, die Diskussion über den Film, brauchen wir ja nicht weiterführen, er ist gleich dabei, er ist gleich dabei, ja, aber, wie gesagt, er weiß ja nicht, ich habe jetzt zwar reingeschrieben, ich bin ja ehrlich, ich habe ja reingeschrieben, du bist the life in unserer Sendung, ja, schön, dass es dir gefällt, teile diesen Live-Video mit Freunden, damit sie es auch anderen sehen können, schön, schön, dafür soll ich jetzt auch Geld bezahlen, ne, mach ich jetzt nicht, ne, ich lasse jetzt Stefan da arbeiten, wir gucken noch ein bisschen hin, er schmunzelt auch, ich weiß nicht, ob er mich gehört hat, kann ja sein, weil ich habe hier eine Wahnsinns-Schaltung, letztens auch, wusste ich gar nicht, wie ich live war, ich hätte ausgesehen ein Mikrofon an, aber egal, das kann schon mal vorkommen hier, wie gesagt, wir bleiben dabei, wir finden das toll, ich mache heute auch nicht so ein wahnsinnslanges Video, das reicht hier schon, weil das ist jetzt, keine Sendung, die letzte Sendung war fast drei Stunden, wir waren hier fünf Stunden am Werken, davon haben wir drei Stunden gedreht, und wir haben viele Ideen, die wir durchführen wollen ab Mai, und ich bin ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, vor einer Kamera live zu sprechen, kein Gegenkommentar, er kriegt kein Gegenkommentar, ich kann jetzt stundenlang zuschauen, und wenn ich mich nicht oute, dann passiert da auch nichts, also bis jetzt hat der Bastian, schaut zu, die Nachnamen lasse ich jetzt mal weg, ich habe ihm gesagt, dass ich gucke, und du ja auch, und das Problem ist, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob er die Nachricht überhaupt bekommen hat, weil sich zwischendurch, das wollte ich zeigen hier, Facebook sich da einschaltet, und sagt, ich soll ihm dann noch Geld, also ich soll Facebook bezahlen, damit der Stefan das sieht, also das, und Tino Gleismann, der hat wohl bezahlt, und Marco Eller hat wohl auch, ja Marco Eller sieht zu, und Timo Geismann sieht zu, jetzt mache ich mal lauter, ich glaube, jetzt hat er mich eh nicht gelesen, oder? Okay, ja, weil er mich gelesen hat, ich bin der Firma, das ist mein Problem, also das wir zuschauen, steht da nicht, da steht nur, dass Facebook, schön, dass es dir gefällt, teile dieses Live-Video mit Freunden, damit sie sich auch ansehen können, ja, ich soll euch mal aktivieren, ja genau, mit dem Lichtschwert, genau, ich habe jetzt aktiviert, kann sein, also Facebook hat sich also auch ein bisschen verändert, also wir sind immer mal live hier, boah, also aber erst nach dem Weg, weil das glaube ich jetzt, das dauert, das wäre jetzt unfair für ihn, weil er sieht da nichts, deswegen schiebe ich den gleich wieder zurück, ihr solltet mal wissen, dass hier mal alles echt ist, hier ist absolut alles echt, ja, jetzt fahr mal Regensburg, und hol mal einen Teil, wie so dein Teil, ich stehe jetzt nicht ganz, ich auch nicht, ich muss nicht so eng sehen, was du da erzählen, so, ne, also, ich weiß nicht, ob ich freigeschaltet bin, ich soll, ich soll, ja genau, Sandra, sie Sandra, wenn es ein Beiber geht, ey, Mädels, kommt vorbei, ich kriege dann 11 Megas, ja, der alte Schamöer, der alte Schamöer, ja, also ich werde wohl nicht scharf geschaltet, und ich soll hier, schön, dass es dich interessiert, ich soll da irgendwas machen, aber, also Timo guckt zu, Marco guckt zu, und die anderen weiß ich gar nicht, ne, aber normalerweise müsste er doch deine Nachricht kriegen, ne, siehst du doch hier, Facebook hat sich doch eingeschaltet, ich soll hier irgendwas aktivieren, keine Ahnung, hm, jetzt soll ich irgendwas sagen, da, ich bin kurz davor, also, es hat schon gesagt, ich soll was sagen, also was, genau, er kriegt erstmal so einen vollen Daumen von mir, BOM, ne, ist klar, ich finde diese Sendung toll, in dem man da reingrätschen kann, dass das Kostüm dann nicht, die Preise in die Höhe schnäht, dass es noch teurer wird, also, dass man noch mal einen Monat warten muss, also ich hoffe nicht, dass es soweit geht, so, ich schalte ihn mal weg, sonst, das war jetzt Zufall, meine lieben Freunde, wenn euch sowas Spaß macht, dass, wie gesagt, spontan vorbeikommen, dass wir spontan, ähm, solche Sendungen machen, wie gesagt, er lacht sie, ich weiß es nicht, er lacht, guck mal, er winkt, er kann sein, da, Ewan habe ich mir vorgenommen, hä, was liest du denn da, der liegt bei der Post im Regensburg-Koffer-Erschlieferung am Mittwoch, ach so, ja, da konnte der leider nicht helfen, in Sankar, ähm, alles rein, alles rein, der Tie Fighter liegt in Nürnberg, ach herrlich, der arme Kerl, bei der Post, ja, ist klar, also, meine lieben Freunde, ihr seid live dabei, es macht tierisch viel Spaß, ähm, wir sind, wie gesagt, dabei eine Sendung zu entwickeln, die genauso viel Spaß macht, wo wir dann solche Live-Schaltungen, dann so wie bei Stefan jetzt, ich werde dem Stefan, wie gesagt, das zukommen lassen, er weiß ja Bescheid, ich habe schon mal, also er hat schon mal sowas gemacht, mhm, genau, ich könnte mal eben einen Cut machen, dann könnte ich ihn rüberholen, aber, dann müsste ich auch die Kamera rein schalten, aber du könntest es dann sehen, also habe ich hier aber, am Samstag schon gezeigt, dass das rüber gebiegt werden kann, also wie gesagt, wir könnten dann Monitore dazuschellen, und auf diese Monitore könnten wir euch dann zuschalten, live zuschalten, live zuschalten, wir können auch eine richtig Live-Sendung machen, wir haben also auch Live-Kanäle da, ähm, das ist aber U-Prom-TV, ähm, die müsstet ihr ja dann, um Gottes Willen, dann müsst ihr euch dann erstmal besorgen, wir können auch bei, ähm, YouTube live schalten, YouTube ist ja einfach, einfach rein, weil das andere, diese amerikanischen Sender da, da müsst ihr erst da hin, und dorthin, ne, ne, also jetzt mittlerweile geht es ja, ich mache das ja ein bisschen zu lang, das Ganze, da war das noch nicht so, also wie gesagt, U-Prom-TV und, äh, Web-TV, die gibt es wirklich noch, aber es sind amerikanische Sachen, dann lieber bei, genau, also wir bieten an Live, dann wie gesagt, mit euch live sprechen, äh, A bis Z, okay, abgekürzt, Star Wars A bis Z, da könnt ihr euch selber ausdenken, A bis Z ist alles drin, ja, so ist es, wo ich gerade sagen, ja, das hier war jetzt, V wie Video, C wie Clip, äh, S wie Sendung, oder Spontan, oder S wie Spontan, korrekt, D wie Dadada oder Darmbeer, ne, ist klar, alles ist da, aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er, äh, weiß ich nicht, weil Marco Edda ist, ähm, sieht zu, steht da auch, dass er zusieht, und der andere da, der Thomas, der ist wohl wieder weg, hm, der ist, äh, ja, ich weiß nicht, ja, wer schaut da, Timo Geismann, äh, schaut auch zu, keine Ahnung da, schön, dass es dir gefällt, ich weiß nicht, was das soll, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, warum er da, ich kann aber nicht übertragen, weil ich hab ihn nicht scharf geschaut, okay, genau, ja, Servus, mach's gut, genau, er hat wohl auch keinen Bock mehr, okay, haben wir auch nur sechs zugeschaut, ist in Ordnung, also hier, wie viele gucken zu, keiner, auch gut, ne, ist ja auch nicht live, ja, Jepads, das bieten wir euch an, das war ein unheimlich toller Tag heute, wir rauschen jetzt, in dem, in den Mai hinein, und entwickeln halt jetzt noch mal zum Schluss die Sendung, wir haben jetzt viel Spaß gehabt jetzt, das war jetzt sozusagen spontan und auch live, wir hätten ja auch live senden können, aber es ist jetzt halt aufgezeichnet, und ich hab daraus was gemacht, ihr seht jetzt also eine Broadcasting hergestellte Geschichte, er weiß Bescheid, dass das nicht so war, wie ihr das jetzt seht, das bleibt auch so, nur wenn wir halt live arbeiten, dann ist so wie es ist, dann muss ich auch gucken, es gibt spezielle Programme, wo man auch wirklich alles so machen kann, obwohl es live ist, kann man viel Spaß mitmachen, kann man zuschalten, kriegt man leider alles aus Amerika, da hat er uns jetzt ja auch gerade gesagt, Schwierigkeiten, wirklich Schwierigkeiten an die Programme zu kommen, auch live Programme, wo wir live drehen können, wo aber live was passiert, nicht so starr, das ist traurig, also traurig, das hat, da hat der Stefan recht, dass alles so teuer ist, dass alles, wie gesagt, total überteuert ist, und dann macht das keinen Spaß, für mich als Händler auch nicht, weil ich möchte immer moderate Preise haben, wenn ich dann sage, nee du, jetzt musst du aber für so ein Püppchen 25.000 Euro am Tisch legen, ich weiß nicht, nur Superfans, die kommen aber nicht hin, und du würdest jetzt auch keine 25.000 Euro für so ein Püppchen ausmachen, ne? Viel zu teuer, definitiv. Ja, aber ist halt so, ne? Müssen wir halt durch, dass das so ist, und, naja, müssen wir, also Star Wars ist auf einer Seite natürlich eine produktorientierte Geschichte, wir Fans sollten uns was ausdenken, diese Fans, wie gesagt, diese Community, wo ihr richtig Spaß haben könnt, wo jeder wirklich Spaß haben kann, darum geht es mir, Spaß haben, nicht Kohle machen, oder über Kohle reden, ja, man haltet oder man haltet nicht, ja, ständig darüber reden, macht mir keinen Spaß, mir macht Spaß, so wie Marco jetzt, deswegen, wir trinken uns gleich mal ein Käfchen, gute Maßnahme, das ist eine sehr gute Maßnahme, ne? Und, jetzt musst du aber mal zum Schluss, aus dir raus, und den Leuten da so richtig ein erzählen, ich gehe nämlich hier aus dem Regen, Nein, bleibt ja da, ich gehe da, und darf ruhig hierbleiben, also Leute, wenn ihr Lust habt, wie zu machen, schreibt es in den Kommentaren, oder, oder bei YouTube, das ist egal, die Hauptsache, wir können mit euren Vorschlägen arbeiten, und die dann auch praktisch umsetzen, ja, das wäre eigentlich alles, immer um mit euch zu lernen. Fachmännisch gesprochen, ja. Ja, und jetzt hobbymäßig? Ja. Du hast mich ja gestimmt. Hobbymäßig Spaß, sei wie du bist, ihr habt den Marco, den hat er ja noch gar nicht gesehen, den Marco war ja davor, so, und wenn ihr den Marco, den jungen Hasen da, erlebt habt, wie er gesprochen hat, bedenkt, jeder sieht Star Wars anders, das ist wichtig. So, ihr habt gerade den Marco erlebt, wie er mit seinen jungen Jahren, zwischen 8 und 11, so jünger ist, also älter ist er nicht, erzählte, ich habe ihn ja schon mal gefilmt, da war er 9, und dann saß er da im Studio, 40 Jahre Star Wars, und dann hat er richtig schön gesprochen, warum er Star Wars mag, er liebt Star Wars, keine Ahnung, er hat sich natürlich jetzt verändert, ist klar, ist jetzt 4 Jahre älter, und geht auf die 12 zu, und mit 12 fängt er schon ein bisschen an, die Mutter hat, wie gesagt, die ganze Klamotten weggeworfen, aber stimmt oder nicht, bei Marco muss man immer so ein bisschen aufpassen, ähm, wie gesagt, wenn, weil, und so, er hat ja auch das T-Shirt angehabt, er war ja brustbreit, ne, er hatte ja auch letztens ein wunderbares T-Shirt an, Gott sei Dank sehe ich gerade, das war blauer, Gott sei Dank habe ich jetzt kein Blau-Screen laufen, oh je, oh je, das wäre ja jetzt total durchsichtig geworden, aber egal, da muss man auch mal aufpassen, als Machtgeist, ja genau, als Machtgeist, irgendwann mache ich aus den beiden hier Geister, weil, ja, Sushi, ihr wolltet auch so ein Geist haben, ja, sag ich, ist okay, ne, dann mache ich aus euch Machtgeist, dann sitzt ihr ja, macht einen auf Geist hier, also ich habe mir gerade gezeigt, wie schnell das geht, er hat ja gerade gesehen, er hatte da ganz schnell gesehen, wo was war, wo gar nichts war, nein, ich hätte noch mehr machen können, ne, das geht also ziemlich schnell, ähm, das ist ja eben FMX, das ist ja eben halt so, und, äh, CKI geht nicht, muss ich einfach sagen, das können wir knicken, weil das ist mir zu teuer, gibt es mittlerweile auch für meinen Geldbeutel, das gibt es, aber, ist kein Kunde da, ich muss leider firmentechnisch denken, ich kann, also diese Sendung ist Spaß, weil ich eine Firma bin, kann ich das zur Verfügung stellen, das muss ich dabei sagen, ich stelle das Ganze zur Verfügung für eine Sendung, für Star Wars Begeisterte, für Star Wars Freunde, für Star Wars so wie Stefan, der live Fotokamera, ein bisschen im Sinn, fand ich cool, ja, er ist immer cool, der Stefan ist cool, wie gesagt, der Stefan kriegt, äh, dieses Video auch zugeschaltet, vielleicht in Kurzform, dass ich nur die Sequenz, äh, des Monitor-Drehens ihm schicke, aber er kann sich auch die richtige Sendung anschauen, ja, schön wäre es natürlich, wenn wir wirklich alle, wie der Dortmunder Club hier war, die 50 Leute war schon, habe ich mir auch gerade gezeigt, ähm, waren ja reichlich hier, und die DC-Leute waren hier, ach, na, und, wie gesagt, ihr könnt Sachen einbringen, die wir dann vorbringen, wir können von mir aus auch über Sachen reden hier, da muss das sein, also, wenn du Hunger hast, nimmst du ja einen, oh, ein Keks, ein Keks, ne, ja, das ist 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 ja, dann den Keks hier, ne, ist auch ein echter Keks, leckere Keks, gesponsert von Kunden, finde ich nett, die zwischendurch hier vorbeikommen, meine Arbeit honorieren, und so weiter, wie gesagt, das ist BB8 als Keksdose, könnte man über die Keksdose reden, wie die, ja, das machen wir jetzt mal so, spazier, da haben wir die Keksdose bekommen, die Keramik sieht ja gut aus, nachteilig wäre, er könnte ja leuchten, tut er aber nicht, steht also nur dumm rum für 49,95, ist ein bisschen teuer für 49,95, nur Keramik, ist aber echte Keramik, ist gute Keramik, ja, würde ich jetzt nicht so wegwerben, wie bei E8, ne, das nicht fallen, da wollte ich gerade sagen, dann war das mal BB8, ne, könnte man bringen, jetzt müsste ich aufstehen, um das andere zu holen, das mache ich jetzt aber nicht, ja, aber ich meine, das ist spontan, ich freue mich tierisch, dass Marco, wie gesagt, anwesend ist, ich habe mit Sushi, habe ich heute noch korrespondiert, unterhalten, also wie gesagt, Nachhandsolo, wir haben ja alle Familien, wir haben Kinder, wir können nicht mal eben, geht nicht, und Thorsten Sink zum Beispiel, kann auch nicht mal eben, aus Arnsberg, obwohl ist nicht bald, ich hatte heute jemanden da, aus Willingen, Sauerland, durch Zufall, ich hatte jemanden da, aus Mexiko, eine junge Lady da, die gesagt, oh, da muss, und, ja, ist so, dann habe ich natürlich noch andere gehabt, aber, die muss ich nicht haben, aber, sowas kommt leider auch, so, ich habe mich tierisch gefreut, auf den kleinen Marco, auf den großen Marco, wie gesagt, wir haben eine Sache vor, ich habe keine Lust, mich mehr wiederzuholen, äh, wiederzuholen, also wiederholen, mich wiederzuholen, ich hasse das, wenn er das macht, alles gut, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut, kleine Streichelaktion da, ja, die Porks mag ich auch, seht ihr ja, sonst würden die ja nicht da rumtanzen, die Weltmeister, die Porks, die mag ich einfach, deswegen tauchen die auch zwischendurch hier auf, und tanzen da rum, so sind die Porks nun mal, wenn es euch nicht gefallen, dann bratet die doch, ich habe einen Kollegen, der macht Porks, wirklich, der hat einen extra Caravan gebaut, der bietet Porks an, wie sich überhaupt kapiert hat, was Porks sind, jetzt weiß ich es durch, also der hat mir ja schon jahrelang erzählt, dass er Porks hat, und für ihn musste ich dann auch alles machen, ich sah ja nur gehacktes Zeugs da, und, ja, ist er halt, und jetzt weiß ich, was Porks sind, das sind diese komischen Viecher da, von E8, ja, würde ich sagen, gut, gibt's hier, Porks, äh, wenn ich, kann ich ja raussuchen, der hat ja so einen Wagen gebaut, und der verkauft Porks, ja, mit Soße und so, ja, also, hier ist alles, hier ist klar, ist ja unser Firma, so in Ordnung, so, jetzt mach ich so einen Wahnsinns-Cut, wie gesagt, die Porks soll sich da noch ein bisschen tanzen, ne, und so, wenn ich Lust hab, bei ihm noch, muss ich gucken, ob ich Lust dazu habe, oder ob Pork Lust hat, bei ihm da, also, Samstag war auch stark, aber hab mich leider verpasst, das zu machen, weil, ja, Sushi sagte da was, da hätte ich da was machen sollen, aber egal, er hat nichts gesagt, deswegen fällt mir gerade die Porks ein, aber egal, ähm, ja, ist halt so, also wenn er, also wenn er uns mögt, ihr müsst uns nicht mögen, um Gottes Willen, aber wenn er die Sendung mögt, ich hab sehr viel in Amerika jetzt mir das angesehen, in Amerika geht das normal, ihr kennt das nicht, ja, wie vorhin der Mark zu mir sagte, er kann mit Rebels überhaupt nichts anfangen, und Rebels ist für siebenjährige gemacht, ich hab viele Kinder hier, die mit Rebels nicht klarkommen, ich hab auch viele hier, die mit Rebels klarkommen, das, sonst hätten die nicht gekauft, die, ähm, wie heißt der, Druide nochmal, hab ich gerade den Namen vergessen, hat er einen ganz witzigen, Shopper, Shopper, genau, der Shopper wird ständig gekauft, und so, Esra wird ständig gekauft, so ist es ja nicht, so, die anderen sind ja auch, Weltmarkt, Windu ist dauernd gekauft worden, oder so, ich hab ja viele, ähm, ich hab ja viele internationale Gäste hier, sag ich ja, Mexiko, äh, Arabien, und so weiter, Botropor, ne, ist klar, und Botrop, ne, ist ja auch, äh, ne, zugereister Botropor, ne, ist klar, so, ne, also ich hab viele, viele hier, okay, Spaß muss sein, jetzt mach ich gerade, jetzt trinkt man Käfchen, die Uhrzeit rennt, ich bin ziemlich müde, weil ich auch wieder viel zu lange gearbeitet schuld, ähm, und ich muss noch einiges machen, und der Film soll auch schnell fertig werden, weil ist ja der 1. Mai, so, zum Schluss? Ja, kommen wir zum Abschluss. Kommen wir ja zum Abschluss. Ja. Ich geh mich nicht um Keks und Kripsenkeks, ja, alles klar. Nein, nein, komm mal zum Abschluss, erzähl du mal was, du musst dich jetzt an die Moderation gewöhnen, das ist ungewohnt, sagen wir das mal so. Ungewohnt, ja, sehr ungewohnt, es sind zigtausend Leute, die zuschauen, na, sehen wir ja, wenn, wenn, äh, Stefan da Blödsinn macht, äh, Burkhard hat auch gerade den Weinhardt gegrüßt, okay, herzlich willkommen, ja, ich sag mal, gefällt mir als Admin, gefällt mir als Admin, ne, ich hab also, nach dieser Sendung waren 75 da, 75 waren da, und haben da, wie gesagt, guten Tag gesagt, davon sind dann, glaub 70 übrig geblieben, weil, die haben sich wohl, schätzungsweise, was anderes darunter vorgedacht, die kannten also die Sendung noch nicht, die haben also nur die Community gesehen, wir sehen nicht die Verrückten, blööööö, sind wir nicht, nicht wirklich, nicht wirklich, nein, wir können verrückt werden, das ist kein Thema, wir machen das alles noch ein bisschen zu ernst, Größe ist nicht alles, der kleinere Trupp, wir sind, dafür größer im Geist, so ist das, so sagte Juna, ja, Juna hat gesagt, Größe ist nicht alles, die kleinere Truppe, wir sind, dafür größer im Geist, könnt ihr halten wie ein Dachdecker, das hab ich nicht gesagt, das war Juna, so, ja, keine Ahnung, ich hab da irgendwas gesehen, Ich bin ein bisschen mieser rein hier. Kann sein, dass die beiden... Aber bitte mal weniger. Tschüss. Bitte mal weniger. Wir hatten also nach der Sendung 1100, jetzt haben wir 1093. Bup, wieder einer weg. Schade eigentlich. Aber egal. Macht's, wenn wir beide das nachher nur machen. Aber wir haben Spaß. Wir haben Live-Spaß, darum geht's nämlich. Wir haben keinen Online-Spaß. Wir haben Online-und-Real-Spaß. Und das macht noch mehr Spaß, weil wir nämlich auch real überall hingehen können. Wir können auch in Real gehen. Wir können auch ins Regal gehen. Ist kein Thema. Ist also klar. Und bei Ikea können wir es auch reinlegen ins Regal und warten, dass wir abgeholt werden. Also alles machbar. Und deswegen, ist klar. Und das macht so viel Spaß. Ja, ich sehe nur, 1093 jetzt. Keine Ahnung, vorhin war 1994. Das Problem ist, das hast du ja auch gerade gesehen, dass sich Facebook einmischt. Also ich wollte gerade den Stefan grüßen. Dann stand da von Facebook, ey toll. Wenn Stefan dir gefällt, mach doch das und das. Also ich muss demnächst Geld mitbringen, um irgendwelche Klicks zu klicken. Wenn das bei euch auch passiert. Wenn ihr diese Sendung seht und da unten steht drin, ey toll, dass euch diese Sendung gefällt. Bitte, ey Vorsicht. Klickt da nichts an. Besser ist. Ja, das wollen wir nicht. Also ich soll manchmal für mich selber 5 Euro ausgeben. Also ich soll für diese Sendung, kein Scherz, für diese Sendung soll ich 13 Euro ausgeben. Dann würde Facebook oder YouTube für mich riesige Roboter schalten. Leute schalten, ey der ist online, der ist online. Habe ich mal getestet, nie wieder. Sehe ich nicht ein. Ihr kommt freiwillig? Oder gar nicht? So lassen wir das. So stehen wir dazu. Und sind jetzt weg, wir trinken jetzt ein Käffchen. Macht's gut Leute, viel Spaß und die Porgs lasst tanzen. Tschüss. Und für den 1. Mai noch. Ja genau, immer weiter, vergesst nicht. So am Wochenende war 40plus da. Habt ihr ja gesehen, eine wunderschöne Sendung gemacht mit 40plus. Und fast über 3 Stunden haben wir philosophiert und gesprochen. Wir machen uns halt ein bisschen mehr Kopf über Star Wars. Wir denken halt ein bisschen mehr drüber nach über Star Wars. Weil wir Star Wars wirklich mögen. Weil wir die Filme mögen uns irgendwie identifizieren können. Die Pädagogen und noch höher, die geistig Gebildeten, machen ja daraus eine Wahnsinnsgeschichte. Das konntet ihr bei Arte sehen. Arte hatte das mal aufgearbeitet. Was ist da aus? Star Wars ist was Mystisches, Religiöses und so weiter. Und so weiter. Und so fort. So hier gerade war Marcel, 10 Jahre plus. Die 10 Jahre plus denken drüber anders nach. Also wie gesagt, 4, 5 und 6 war ihm, äh, äh, 3 war ihm auch, äh. Und wie ich dann, wie gesagt, gefragt habe. Genau. Star Wars ist einfach cool. Star Wars ist cool. Ja, warum machen wir uns eigentlich so einen Kopf drum? Meine lieben Eltern, macht euch keinen Kopf drum, wenn die Kinder irgendwas haben wollen. Marcel war ein bisschen gnatschig, dass die Mama die Lichtschwerter weggeworfen hat. Schade eigentlich. Aber so ist das nun mal. Kann schon mal vorkommen. Ja, also wie gesagt, äh, bei Star Wars sollte man doch drauf achten, auch einen gewissen Bildungsgrad oder, wie gesagt, bei Star Wars alles möglich ist. Also Star Wars jetzt zu reduzieren nur auf Lichtschwerter oder Star Wars zu reduzieren nur auf eine Person, so wie das Maul, ist ja an sich in dem Alter 10 plus angesagt. Ähm, kommen damit halt nicht so klar. Ja, kommen auch mit den Geschichten nicht so klar. Und mit Rebels. Rebels ist extra für 7-Jährige gemacht worden. Also, er ist 3 Jahre älter. Ja, äh, kommt aber damit nicht klar. Er weiß überhaupt nicht, was Rebels, was da ist. Ähm, die Sache ist ja die, wenn zu viele monologe Dialoge sind und auch Prologa, aber mehr, also Dialoge, zu viele Dialoge. Ermüden ist ja zum Beispiel bei Star Trek diese ganze Dialogie über, was weiß ich, und da passiert ja gar nichts. Ne? Ja. Ja. Ja, jedenfalls freute ich mich, also jeder darf hier mal, und wer Lust und Launa hat, darf natürlich, wie gesagt, hier Platz nehmen. Vorlaufende kann man, wenn natürlich, so wie heute, bei einem sogenannten Brückentag sehr viele Kunden kommen. Wir hatten ja auch gerade hier aus Mexiko und aus den Vereinigten Staaten, äh, die, da muss man halt, da die uns, die Amtshäuber, wie gesagt, Star Wars auch kurz, äh, die haben ja mitbekommen, dass wir hier was gemacht haben. Ja. Aber überwiegend, äh, kommen hier sehr viele Kunden rein und dann muss das Ganze unterbrochen werden. Und die Sendung soll nicht unterbrochen werden, die Sendung soll richtig schön werden. Ja, arbeiten wir dran. Wir wissen halt noch nicht, das gesamte Konzept, soll man die Amerikanisierung, ja, soll man Deutsch veramerikanisieren, weil es ist ein amerikanisches Produkt. Ähm, ja, Sushi sagte, wir können Counter einbauen, Counter hin zum Han Solo, äh, wir werden aber schätzungsweise am Han Solo-Tag drehen oder halt danach. Ja, weil es gibt ja angeblich Spoiler. Ich mag Informationen, mag jegliche Informationen, ich fand es auch toll, wie Marcel jetzt hier einige Informationen in seiner Sicht eines 10-Jährigen mir dann, äh, gesagt hat. Und ich war ja in seinem, nee, okay, in seinem Alter war ich ja nicht im Film, weil, also die anderen beiden waren aber im Film, da kann ich auch mal eine Frage stellen. Der eine war sieben, der eine war acht, war im Film. Er war jetzt auch in dem Bereich im Film. Nur, äh, Marco und Yasushi, die dachten heute irgendwie anders darüber, ja. Äh, die haben halt das erlebt mit acht, mit sieben. Er auch, der Marcel, der ist jetzt, der wird jetzt zum 10+. Und, ja, dennoch, es ist eine New Generation, es ist die vierte Generation. Die vierte Generation, die jetzt hier, äh, diesbezüglich auf dem Weg von da aus ist. So, alle Zuschauer, alle Kunden, wie gesagt, wenn Kunden da sind, machen wir aus. Auch bei Dreharbeiten machen wir aus. Äh, die richtigen Dreharbeiten sind immer für uns, meistens am Wochenende. Und, äh, da kann auch jeder mitmachen, wer möchte, muss sich aber vorher anmelden. Sollte doch schon mit Kamera umgehen können, sollte auch redegebannt sein, dass wir da einen guten Dialog aufbauen können. Nur Monologe, so wie ich hier jetzt durchführe, muss nicht unbedingt sein. Ich bin mit Star Wars richtig groß geworden. Ich habe richtig da drin gesessen in dem Pudding. Und habe auch alle so ein bisschen kennengelernt, so wie ich sie hier kennenlerne oder kennengelernt habe. Man rauscht da eben hin, macht etwas, rauscht wieder raus, bekommt Geld dafür oder auch nicht. So war das. Wenn man selbstständig ist in dieser Branche, wird man geordert oder man wird nicht geordert. Damals wurde man geordert, weil man dann das schon hatte, was die brauchten, ja, diese Analog- und Digitaltechnik und den Amiga, der das konnte. Und alles, Babylon 5 zum Beispiel, wurde mit dem Amiga gemacht. Also wir durften früher mit unserer Technik, Tricktechnik schon anrauschen, mithelfen, ja. Also wir haben gutes, gutes Geld verdient, nur heute mache ich kein ziegiges Ei. Das ist ein bisschen zu teuer alles. Und nur das anbieten, da, nee. Deswegen Medienhaus, Copyhaus und wie gesagt, diese Figuren reicht vollkommen aus. Und wie gesagt, so ein Besuch, der vorbeikommt, so wie Marcel oder wie Marco, Yasuo oder der Klaus, das macht Spaß. Vor allen Dingen, das darf ich nicht vergessen, ja gut, auch die DC und Marvel-Leute. Marvel, ihr freut euch, ihr Marvel-Fans. Ihr habt Star Wars jetzt schon, ne. Ist klar, Infinity War hat reingeschlagen, hat reingehauen. Yes, yes, yes. Mal schauen, ob ich auf den 1. Mai in Infinity Wars gehe und mir den anschaue, weiß ich noch nicht. Aber am liebsten würde ich mir so ein Star Wars, ja, das werde ich wohl machen, so ein Star Wars hinein Mai, ja. Fangen wir mit Rogue One an, geht dann in 4. Also die anderen kenne ich alle auswählen nicht, aber Rogue One macht mir unheimlich viel Spaß. 4 sowieso. Und das macht Spaß. Dieser Übergang, wie wir denn da, und so. Ja, macht Spaß. Ich bin ein 3-4er, sehr, 8 habe ich bis zum Abwinken gesehen. Star Wars macht mir persönlich in meinem Alter so viel Spaß, auch darüber zu sinnen, mit anderen vor allen Dingen zu sprechen. Ob es nun mal Joshua, Yasuo, Ski ist oder Marco, gelegentlich halt auch mit dem Thorsten, Stefan, Klaus, Phil oder Marcel. Ja, so, das sind die früher auch, wer war das? Der Thomas. Genau, der Thomas. Also 10 insgesamt, mit denen habe ich immer Kontakt, auch mit Leuten, die hier reinkommen und von der Kamera dann halt sprechen. So, ich warte dann heute mal wieder auf Ware, wo ich die Vermutung habe, dass sie nicht kommt. Keine Ahnung, mit Amazon momentan ein bisschen, ein bisschen Stress. Viele Ware wurde auch wieder gut geschrieben, ist nicht gekommen. Ja, wie gesagt, die 3D-Brillen, die zur Sendung da sein sollten, hat er ja auch extra vier Stück bestellt, nicht gekommen. So, heute sollten Figuren kommen. Heute sollten die von Han Solo kommen. Die wollte ich an sich auch vorstellen. Und durch Zufall, wie gesagt, war der Marcel da, der Jüngste hier aus der Community. Ja, ist halt so. Also er steht auf Darth Maul. Ich müsste an sich immer Darth Maul haben. Ich müsste immer... DAL bremst. Aber die bremst wegen der... Steigt aus, dann könnte es sein, dass es doch... Ne, fährt weiter. DAL fährt weiter, also ich kriege meine Figuren nicht. Wenn, kriege ich sie ja eh von Amazon. Und nicht von DHL. So. Wie gesagt, ich müsste immer nur Darth Maul da haben. Darth Vader da haben. Und dann, ja, immer wieder. Nur Darth Maul kostet jetzt mittlerweile in der Variation, die ich verkauft habe, so viel, dass ich sie nicht zurückkaufen kann. Ja, ich habe sie für 24,95 verkauft, den Darth Maul. Und der kostet dieselbe im Einkauf 80 Euro jetzt. Tut mir leid. Geht nicht. Ein bisschen zu teuer, der Darth Maul. Okay. Wie gesagt, ich freue mich drauf. Dass wir weiter drehen und Spaß haben. Ich musste die Kamera doch nochmal scharf schalten. Ich habe doch endlich mal von Amazon im Brückentag was erhalten. Ich weiß nicht, was drin ist. Weil viele Sachen bis heute nicht angekommen sind. Und Amazon sagt, tut uns leid. Wir schreiben es Ihnen gut. Mal sehen, was die mir wieder gut geschrieben haben. Oder auch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ich mache es bei lauter Kamera auch. So, bestellt ist eine Menge, zum Beispiel Han Solo, Kira und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass das so ist. Jetzt bin ich aber gespannt, was das ist. Das soll Kira Hand Solo sein. Jetzt bin ich aber gespannt. So, ich habe es auch noch nicht verpackt bekommen. Jetzt sind sie gekommen. Jetzt. Vor den Dreharbeiten, die nächste Gebrauch. Weil wir in 3D sehen wollen. Meine lieben Freunde. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet jetzt, dass ich auf 3 Quadratmeter. Ne, ne. 3 Meter Diagonale. 3 Meter Diagonale. Ich könnte ja ausrechnen. 16 mal 9 oder 16 zu 9. Ich tanze nicht in den Mai. Ich sehe es da aus in den Mai. Ich werde das testen. Gott sei Dank sind die ja so geparkt. Ich werde eine testen, wenn nicht funktioniert. Weil ich hatte schon mal sowas. Dann hatte ich Brillen bestellt, die hatten ja nicht funktioniert. Dann war ich hochgradig enttäuscht. Aber mittlerweile sind so viele Geräte da. Geht also. Ich habe eine Aktivglas DLP Brille da jetzt bestellt. Ja, ich will den mal testen. Also wie gesagt. Diese Community hat einfach alles. Community Kino. Alles, was ich euch vorstellen kann. So, diese Community. Wenn man sich treffen sollte. Könnte man dann auch im Film sehen. Und über diesen Film dann reden. Oder während der Kamera arbeiten. Könnte man ihn schauen. In 3D. Wo gemerkt. So, das sind alles so Ideen, die da laufen. Und, äh. Ja. Die sind doch gekommen. Eine Woche später. Eine Woche später sind die doch gekommen. So, ist nicht schlimm. Ähm. Die freuen mich drauf. Jetzt bin ich natürlich gespannt. An sich sollten heute die Figuren kommen, na. Han Solo der neue. Kira. Kira. Meine Han Solo Weste sollte dann, kommt leider erst Donnerstag. Ja. Ja, ich habe mir noch ein Solo Weste gesetzt. Ein T-Shirt. Sieht geil aus. Zeige ich euch da. Ich will hoffen, dass ich da auch oft reinpasst. Weil, ist immer so eine Sache. Bei Amazon was zu bestellen. Aber, nicht schlimm. Wenn man mit einem Notfall bekommt das, dann eine Puppe. Ist auch kein Thema. So. Erwartete Zustellung. Am 24. Heute ist der 30. Also, sechs Tage später. Zustellung Freitag am 24. Also, Zustellung Freitag am 24. Ja. Heute ist Montag der 30. Und weder Kira. Weder Han Solo. Weder, 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 weder. Ne? Gar nichts. Da kommt gar nichts. Kein Han Solo. Kein gar nichts. So ist er. Also müssen wir warten, bis das irgendwann mal kommt. Am 20. 4. Sollte ich auch sehr schöne Teile von Han Solo Film bekommen. Die hätten wir dann auch sehr gerne jetzt hier vor laufender Kamera dann bearbeitet. Wir machen ja heute Abend auch eine Sendung. Wir treffen uns. Marco kommt vorbei und dann versuchen wir da raus eine Sendung zu machen. Mal schauen. Und, ja. 3D. Ich werde mir heute Abend Root 1. Und, ja, da ist das Problem. 4, 5 und 6 gibt es nicht in 3D. Also Root 1 werde ich mir dann in 3D anschauen. 8er nochmal, 7 nochmal. Ja, und die anderen sind halt nicht in 3D. Ich weiß, wir haben 2D-Hasser, wir haben 3D-Hasser, wir haben Star-Wars-Hasser. Wir haben auch Leute, die was mögen. Und für die machen wir die Sendung. Die Leute, die Star-Wars mögen. Wir, die begeistert sind, darüber reden und auch malen von anderen was hören möchten. Dafür ist die Sendung gedacht. Und natürlich auch die Live. Ihr könnt ja also live hier reinkommen. Ich freue mich, wenn ihr euch sehen müsst. Vielen Dank. Vielen Dank.